Der zehnte Jahrestag der Invictus Games ist in eine weitere Kontroverse verwickelt. Diesmal handelt es sich um eine angebliche Brüskierung durch die britische Polizei, die angeblich die Bitte des Herzogs von Sussex um persönliche Sicherheit während der Veranstaltung abgelehnt hatte. Die Antwort von Prinz Harry, eine durchgesickerte privaten Nachricht, die Frustration und Anschuldigungen enthielt, hat die Spannungen weiter angeheizt und Fragen zu seinen Erwartungen und der Entwicklung der Spiele aufgeworfen. Laut durchgesickerten Auszügen aus einer privaten Nachricht, die angeblich von Prinz Harry gesendet wurde, lehnte die britische Polizei den Antrag auf ein bestimmtes Maß an persönlicher Sicherheit für ihn und Meghan Markle während ihres Aufenthalts anlässlich der Invictus-Spiele ab. Berichten zufolge drückt die Nachricht Enttäuschung und Frustration aus und wirft der Polizei vor, die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt ist, nicht zu verstehen. Dieser Vorfall verleiht der laufenden Saga um Prinz Harrys Beteiligung an den Spielen eine weitere Ebene der Komplexität. Veteranen, das Herz und die Seele der Invictus-Spiele, haben das Paar kürzlich dafür kritisiert, dass es angeblich den Fokus von den Athleten auf sich selbst gelenkt habe. Dieser Sicherheitsstreit zeichnet weiter das Bild eines Prinzen, der zunehmend eine Sonderbehandlung fordert, möglicherweise auf Kosten der Kernaufgabe der Spiele. Die britische Polizei hat sich noch nicht offiziell zu den Einzelheiten von Harrys Antrag oder der Begründung für die Ablehnung geäußert. Ungenannte Quellen innerhalb der Polizei deuten jedoch darauf hin, dass die Anfrage als unrealistisch und möglicherweise störend für den größeren Sicherheitseinsatzplan für die Spiele angesehen wurde. Sicherheitsvorkehrungen für hochkarätige Veranstaltungen sind ein heikler Balanceakt. Während Harry und Meghan zweifellos einem gewissen Maß an öffentlicher Kontrolle ausgesetzt sind, muss die Polizei auch die Sicherheit aller Teilnehmer, Athleten und Zuschauer im Auge behalten. Übermäßige Sicherheitsmaßnahmen für die Sussexes könnten Ressourcen von anderen Gebieten abziehen und möglicherweise die allgemeine Sicherheit gefährden. Allerdings ist Harrys Frustration verständlich. Das Paar war in der Vergangenheit erheblichen Medieninterventionen und sogar Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt. Ihre Entscheidung, sich von den königlichen Pflichten zurückzuziehen, war teilweise auf den Wunsch nach mehr Privatsphäre und Kontrolle über ihre Sicherheit zurückzuführen. Die Weigerung der britischen Polizei, ihren spezifischen Forderungen nachzukommen, könnte als Verrat an diesem Wunsch angesehen werden. Darüber hinaus schürt dieser Vorfall Spekulationen über eine mögliche Kluft zwischen Prinz Harry und der britischen Regierung. Harrys öffentliche Kritik an der Polizei, einer traditionell angesehenen Institution im Vereinigten Königreich, könnte als Seitenheb auf genau das Establishment interpretiert werden, das er einst vertrat. Der wahrgenommene Widerspruch erschwert seine Beziehung zu den Organisatoren der Invictus-Spiele weiter, von denen viele wahrscheinlich enge Beziehungen zur Regierung unterhalten. Der Sicherheitsstreit stellt Prinz Harry für ein Dilemma. Er kann entweder ein geringeres Sicherheitsniveau akzeptieren, was möglicherweise sein Komfortniveau beeinträchtigt, oder sich dafür entscheiden, die Spiele überhaupt nicht zu besuchen. Die letztere Option wäre ein verheerender Schlag für die Veranstaltung und könnte als Abkehr von den Veteranen angesehen werden, für die er sich so lange eingesetzt hatte. Die Zukunft der Invictus-Spiele und Prinz Harrys Rolle der Renn stehen auf dem Spiel. Es ist von entscheidender Bedeutung, einen Weg zu finden, die Lücke zwischen Harrys Sicherheitsbedenken und den praktischen Aspekten der Veranstaltung zu schließen. Allerdings wirft dieser Vorfall auch ein tieferes Problem auf. Hat sich der Schwerpunkt des Spiels von der Stärkung von Veteranen auf die Berücksichtigung der Anforderungen eines Promipares verlagert? Nur die Zeit wird zeigen, ob Prinz Harry diese komplexe Situation bewältigen und sicherstellen kann, dass die Spiele ihrem Original treu bleiben.